Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Masses Clash Channel. Wie von Supercell versprochen, dreht sich das dritte Sneak Peek des Dezember-Updates rein um Loot-Änderungen und Trophäen-Änderungen in den verschiedenen Ligen. Die wohl signifikanteste Änderung ist, dass das Rathaus jetzt selber auch Ressourcen beinhaltet. Und zwar nicht gerade wenig, denn die Ressourcen aller Gold- und Elixierlager werden gleichmäßig unter diesen und unter dem Rathaus verteilt, heißt das Rathaus besitzt ab sofort ein Fünftel alles Goldes aus den Goldlagern und genauso ein Fünftel des ganzen Elixiers aus den Elixierlagern und zudem ein Viertel aus dem dunklen Elixierlager. Das Loot bekommt man aber nur, wenn man das Rathaus komplett zerstört. Also ist es nicht so, wie wenn man ein Lager angreift, kriegt man ja permanent Loot und beim Rathaus bekommt man das erst, wenn das Rathaus wirklich komplett zerstört worden ist. Der Speicherplatz vom Rathaus steigt auch mit dem Level, heißt je höher man mit seinem Rathaus ist, desto mehr kann man darin dann speichern. Zudem zählt das Rathaus und auch die Klamburg jetzt auch als Ressourcenlager, was Goblins jetzt natürlich auch anzieht. Denn Goblins gehen jetzt auch auf die Klamburg und auf das Rathaus und greifen dieses an. Eine weitere große Änderung des Updates wird sein, dass Supercell die Liegenboni auf allen Liegen deutlich, deutlich anhebt. Und außerdem bekommt man diesen Bonus nicht mehr dann, wenn man siegreich aus dem Kampf hervorgeht, sondern abhängig von der Gesamtzerstörung. Man bekommt den Bonus nur, wenn man gewinnt, aber trotzdem kommt es auf die Gesamtzerstörung drauf an, denn je mehr Zerstörung man hat, desto mehr bekommt man vom Liga-Bonus. Das seht ihr auch ganz gut auf den folgenden Bildern. Wenn ihr 70% totale Zerstörung erreicht, dann bekommt ihr 100% vom Bonus. Bei 50% der totalen Zerstörung sind das insgesamt 80% vom Liga-Bonus. Heißt, man hat praktisch so einen Ansporn, je mehr Prozent man holt, desto mehr Bonus kriegt man auch dafür und bessere Angreifer werden demnach auch belohnt, wenn sie gute Angriffe mit vielen Prozent erreichen. Weitere und doch auch sehr, sehr wichtige Änderungen sind noch die Trophäenänderungen. Vor allem in den höheren Segmenten wird sich das deutlich bemerkbar machen, oben in den Titan- und in den Legend-Ligen, auch wenn das wohl eher die wenigeren betrifft. So kriegt man dennoch jetzt von schlechteren Spielern deutlich mehr Trophäen. Es gab ja da oben, oder es gibt immer noch, die wunderwunderbaren Ein-Pokal-Rates, die natürlich die meisten Spieler da oben aufgeregt haben. Jetzt ist das Minimum für die Pokale, die man da oben bekommt, 6 Pokale. Heißt, wenn man irgendwo in Titan ist, dann braucht man sich nicht mehr vor diesen Ein-Pokal-Rates zu fürchten, sondern man bekommt minimal 6 Pokale vorgesetzt. Da lohnt es sich doch dann auch mal wieder, wirklich irgendwen einfach so mal mitzunehmen oder anzugreifen. Außerdem kriegt man von besseren Spielern deutlich weniger Trophäen. Heißt, wenn jetzt ein Titan-3-Spieler einen Legend-Spieler angreift, dann sind es keine 56 Trophäen mehr, die einem da angeboten werden, sondern nur noch weniger, und zwar ungefähr 48, glaube ich, waren das. Dann gibt es noch ein paar generelle Änderungen am System. Und zwar wird man weniger Gegner finden, die zwei Rathäuser von einem selber entfernt sind. Also ich als Rathaus-Achter zum Beispiel werde weniger Rathaus-10er und seltener auch Rathaus-6er finden. Zudem wurde der stehlbare Loot von Rathaus-Level 6 bis Rathaus-Level 10 minimal erhöht. Heißt, es gibt ein bisschen mehr für alle Spieler. Und niedrigere Rathaus-Level geben etwas weniger Loot. Das war's auch schon wieder mit dem dritten Sneak-Pick. Ich bin schon gespannt, was Supercell morgen so alles raushaut. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Masus Class Channel.